Die Expressionisten waren zwar mit der wilhelminischen Kaiserzeit unzufrieden und opponierten, aber der Beginn des Ersten Weltkrieges im August 1914 wurde doch allgemein begrüßt. Allerdings gab es in Augsburg einen 16-jährigen Gymnasiasten, der von diesem Krieg nicht so begeistert war wie zum Beispiel seine Lehrer und der nicht fand, dass es süß und ehrenvoll sei, fürs Vaterland zu sterben und der wegen dieser abweichenden Meinung die Schule hätte verlassen müssen, wäre sein Vater nicht ein angesehener Fabrikant gewesen. Und so konnten die Augsburger am 2. Dezember 1914 in den dortigen neuesten Nachrichten ein Gedicht lesen, das mit Berthold Eugen unterschrieben war. Moderne Legende Als der Abend übers Schlachtfeld wehte, waren die Feinde geschlagen. Klingend die Telegrafendrähte haben die Kunde hinausgetragen. Da schwoll am einen Ende der Welt ein Heulen, das am Himmelsgewölbe zerschellt, ein Schrei, der aus rasenden Mündern quoll und wahnsinnstrunken zum Himmel schwoll. Tausend Lippen wurden vom Fluchen blass, tausend Hände ballten sich wild im Hass. Und am anderen Ende der Welt ein Jauchzen am Himmelsgewölbe zerschellt, ein Jubeln, ein Toben, ein Rasen der Lust, ein freies Aufatmen und Recken der Brust. Tausend Lippen wühlten im alten Gebet, tausend Hände falteten fromm sich und steht. In der Nacht noch spät sangen die Telegrafen Dräht von den Toten, die auf dem Schlachtfeld geblieben. Siehe, da ward es still bei Freunden und Feinden. Nur die Mütter weinten, hüben und drüben. Hinter diesem Berthold Eugen verbirgt sich natürlich Berthold Brecht. Mit jedem Toten dieses Krieges wächst der Widerstand und so schreibt der Österreicher Franz Werfel, damals 25 Jahre alt und Lektor im Berliner Kurt Wolf Verlag, das Gedicht Fremde sind wir auf der Erde alle. Tötet euch mit Gasen und mit Messern, schleudert schreckenhohe Heimatworte. Fluss wird alles, wo wir eingezogen, wer zum Sein noch mein sagt, ist betrogen. Alle Lande werden zu Gewässern, unterm Fuß zerrinnen euch die Orte und das Haus ist, dass es uns zerfalle. Fremde sind wir auf der Erde alle. Ivan Goll, nahezu gleich alt mit Werfel, dichtete Deutsch, Englisch und Französisch. Er sagte von sich, durch Schicksal Jude, durch Zufall in Frankreich geboren und durch ein Stempelpapier deutscher geworden. 1917 schrieb Goll sein Requiem für die Gefallenen in Europa und darin einen Chor der Proletarier. Vergebens in den Kohleschächten wollten die Gleichheit wir erfechten. Vergebens in den Nachtkavernen wollten wir Menschenwürde lernen. Vergebens in Zwielichten schenken wollten wir Liebe groß verschenken. Vergebens in Versammlungsreden verlangten wir das Licht für jeden. Nun sagen sie, beim Brudermorden sind wir zu guten Bürgern geworden. Sie gönnen uns den Ruhm der Narren, die weil sie Massengräber scharren. Oder der Leipziger Wilhelm Klemm, Mediziner, Kriegsteilnehmer, Leiter des Alfred-Kröner-Verlages, von den Nazis später verfolgt und 1968 in Wiesbaden gestorben, schrieb 1915 aus eigenem Erleben das Gedicht An der Front. Das Land ist öde, die Felder sind wie verweint. Auf böser Straße fährt ein grauer Wagen. Von einem Haus ist das Dach herabgerutscht. Tote Pferde verfaulen in Lachen. Die braunen Striche da hinten sind Schützengräben. Am Horizont gemächlich brennt ein Hof. Schüsse platzen, verhallen. Reiter verschwinden langsam in kahlem Gehölz. Schrapnellwolken blühen auf und vergehen. Ein Hohlweg nimmt uns auf. Dort hält Infanterie, nass und lehmig. Der Tod ist so gleichgültig, wie der Regen, der anhebt. Wen kümmert das Gestern, das Heute oder das Morgen? Ein Ausweg aus diesem Wahnsinn des Krieges, den es so in dieser Dimension noch nie gegeben hatte und der deshalb ja auch zum ersten Mal als Weltkrieg bezeichnet wurde, war, in einem gewissen Tagtraum in eine Schlafwandelei abzutauchen und nicht mehr mitzumachen, sich zu verweigern. Ferdinand Hardekopf, der in der Mitte des Krieges schon 40 war, der ein kompromissloser Kriegsgegner war, der den Franzosen empfahl, wenn ich Frankreich wäre, würde ich den Deutschen sagen, bitte, ihr wollt uns einnehmen, nehmt uns ein. Wir verteidigen uns nicht, wir benutzen keine Waffen. 1916 ging Hardekopf ins Exil in die Schweiz. Melancholie Ein Bündel Mond erreichte mein Gesicht um drei Uhr nachts ein Quantum-Butterlicht und mahnte drei Uhr zwei ein Spukgedicht nervös geziert ist Literatenpflicht. Die Kammer dehnte sich verbrecherhell, der Mond, ein Dotterball, schien kriminell, da stieg die Dame Angst reell auf ihr imaginäres Karussell. Ein Schneiderkleid umpreste mit Radau die Dame Angst, die Gift- und Gnadenfrau, doch das Zitronenei um drei Uhr fünf genau versank in Barfoteus aus Dämmerblau, nachhüstelnd, matt dosiert, makabre Bar. Ihr lila Blicke schweflig Tulpenhaar aus Puderkrusten Tollkirsch-Kommentar. Ein Gruß, du noctambules Seminar. Sonntag, drei Uhr zehn. Wie süß verwirrt ich war. Dieses Gedicht hatte natürlich auch etwas mit Drogen zu tun, so wie die Flucht aus der Realität mit Drogen zu tun hatte und nicht nur bloßer Tagtraum oder Schlafwandelei war. Drogen zu tun, wie die Flucht aus der Realität mit Drogen zu tun hat.